und da sind wir wieder ja wir sollten insgesamt gehen wie Story bereits gesagt hat denn das ist im fünften Level wir stehen jetzt im Finale von Jan ne mit diesem Errorschild hier und ich frage dich jetzt was wollen wir Trick 17 verwenden? Was meinst du mit Trick 17? Der Ziegel ist da sammeln. Sidi. Super. Ja. Weil ich ja von Weißen viele. Wer es mit der Fett auskennt und es heißt wenn Sie kann das Rosament 317, der wird das erkennen. Nö. Awesome. Ich hab' vielleicht gesagt, dass ich keine Wüste, das Gebäude erst hier nicht hochzurenne und dann noch mal noch mal eben, um es richtig hochzurenne und dann noch mal wieder hochzurenne und dann das will ich gleich wieder. Ja, ich hab' überhaupt nicht wieder bräuchte ich eigentlich noch mal, ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht kann ich noch mal ein bisschen fetzig mal, ich weiß es nicht. Das haben wir einfach alle, die wir finden, so. Wann denn die Errorschilde hier? Ja, die können sich das nicht mehr fixen, Alter. Achso, der Huckrauber ist ja noch nicht da. Ich verrate so viel, was alles kommen wird und so. Ich glaub, der Part wird sich einfach kein Schwein zu Ende angucken. Einfach schon alles verrate, was passiert. Ah, Quatsch. Ich nehm' da bleh. Wunderes Gott jetzt, wenn gesagt hat, das ist ja so eh, ich weiß. Ich hab' so eh, ich weiß. Ich hab' so eh, ich weiß. Hast du schon Benzikern zu sehen? Nö. Ich hab' nicht. Dann wirst du da irgendwo umliegen. Wirst nur sorgfältiger lüpschen. Da, ich hab' zwei. Das ist gut. Ich tue hier weiter. Nö, das ist auch keine. Äh, super, äh. Also bei mir ist jetzt der Treffen weg. Soweit das bei mir keine Dingens kommen. Äh, special infected. Da kann ich in alle Ruhe die keinster sammeln. Das ist zwei hasig schon mal. Ich hab' auch zwei. Viele waren oben, also. Viele waren ja glaub'n nicht. Ich hab' nochmal zwei gefüllt. Ich hab' erst jetzt vier insgesamt. Jetzt haben wir dann schon mal sechs. Die anderen waren oben. Aber wir waren viel mehr als 16. Oh, jetzt hab' ich, jetzt hab' ich's noch zwei gefunden. Ich hab' auch, hier sind auch noch mal, hier ist auch noch mal einer. Ah, super. Hallo. Ja, dann kannst du mir gleich bei meiner Scheiße noch mithelfen. War das nie nach welcher? Ne. Warst du deine? Warte. Jetzt der hab' ich. Also hier, also hier, bei den ganzen Getummel hier sind zwei von mir dabei. Da hinten hast du jetzt vergessen. Ne, doch nicht. Muss in deine anderen? Warte. Also zwei sind jetzt hier da drunter. So, die anderen, die anderen vier sind da draußen vor der Tür. Das ist gut. Hast du hier schon alles abgesucht? Ja. Ja. Sehr schön. Ja. Alter, jetzt einer einschießt. Das ist der Botz uns nicht mehr hilft. Ja, da. Und die sind noch zwei. Also wenn du jetzt mal was anschießt, Arapatia, deine Nahtkampfwaffe aus, Alter. Ja. Warte, ich stieg schon mal den ganzen Zombies hier weg, okay? Ja, mach das. Also mit den Treppen bin ich noch ein bisschen beschäftigt. Ja. Ich muss jetzt mal hoch gehen, bei zehn Genste werfen runter gehen, beziehungsweise werfen. Ich hab nur noch eine Treppe, nur noch ein Treppen hier, den es... Ja, ich komm jetzt. Ich hab alle getötet. Ach, da freu ich mich nicht mit den Treppen noch zu dienen. Ja. Ich hab ja noch... Ja. Oh, ist das wir hin, dann... Ist hier drin? Alles abgesucht? Nee, ich hab nur bis jetzt getötet. Mach das mal. Mach das mal. Ich mach ja weiter. Okay. Okay. Und im Moment sind denn das damit? Hm, ich hab noch zwei wir gefunden. Gott. Alter, wir sind... Ich weiß, dass ich zwei ablässlich auf den Weg geschmissen, ja. Ja, danke. Als ob ich ja nicht schon eine Nut hab. Haha. Oh, ist das verhindert. Das hier oben ist noch... Ah! Ich hab einen aus dem Fenster geschmissen. Was? Ich hab einen aus dem Fenster geschmissen. Ja, hoffentlich reicht es jetzt trotzdem noch. Ne, geht so ein gut ganz unten. Ja. Ich kann mich noch erinnern, wie man hier auch versehen hat... Auf einmal ist das der letzte, den wir bräuchten. Ja. Kannst du dich noch erinnern? Einer von uns beiden ist mal... Ist mal hier irgendwo auf so'n Vorsprung gelandet. Ja, ich war das. Das war so witzig, Alter. Wie du das dem Vorsprung warst und das... Du hast es damals geschafft gehabt? Ich hab keine Ahnung. Oh, ne, kann mich nicht wieder treffen. Ach, hier ist der der nur der nur der Scherftes mit völlig in die falsche Richtung. Ja, ich hab schon zwei auf den Weg geschmissen, ja. Ja, wirft ihm hierhin, ich hör auf die weiter. Ja, aber sind hier noch welche? So, tue ich mir nochmal hier auf den Weg. Das sind doch nicht alle, wer hat noch viel mehr. Ah, hier oben sind ja auch, denke ich mal, noch über welche. Haben wir noch nicht mal alles abgesucht. Ja, wir haben vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also zwölf, die ich mindestens jetzt haben. Das ist hier. Es gehört, dass wir mindestens zwölf haben. Ja, ja. Das ist die Sicherheit. Joch, kommt noch nicht auf die. Hm, wo könnten ja noch zwei rumliegen? So, einer hast du ja aus dem Fenster geschmissen. Hm. Warte, jetzt darf ich gleich mal einen, wo ist denn der? Da ist ganz unten, oh, du, den hat ganz unten. Ja, ich bin doch jetzt ganz unten. Deswegen kann ich ja gleich mal mitnehmen, falls ich den finde. Warte, du hast aus dem Fenster geschmissen. Warte, warte, ich guck mal. Oh, ich finde nicht. Da müsste irgendwo hier vorm Eingang liegen, nenn ich mal. Ach, da aus dem Fensterbereich, okay. Ja, hier irgendwo. Ah, hier liegen. Ich habe ja auch noch drei liegen gelassen, also. Ah, ich habe ihn gefunden. Ja, wo? Ja, da, neben Eingang. Ich bin so dickig. Du hast ihn mal lieber. Ah, komm ich jetzt. Also ich hatte auch noch zwei vergessen, also zwei sind auch noch da. Was auf jeden Fall, würde ich den auf 15 brauchen. Hm, ich habe doch jetzt auch den Verlorenen gefunden wieder. Du, ich warte hier und dann heißt es einfüllen. Hm, ganz schnell. Und dann ganz schnell runterlaufen. Also wenn das nicht reicht, weiß ich nicht im Wesen, ganz ehrlich. Bin bereit, du? Hm? Gut, okay. I forest you. Doch mit bloß nicht selber mitstehen. Zehn Stück gerade mal nur. Alter, das ist vier. Hier. Alter, das sieht aus aus. Wir sind so ein paar Sachen. Alter. Das ist alles von mir. Alter. Das ist einfach das beste Finale, was wir hier haben. Ne, Alter. Wie ein Witz. Das ist ja schon ein Tipp für den letzten Fenster gegen den Spahn. Jetzt noch mehr einfüllen? Ne. Oh Scheiße. Smoker hat mich, Smoker hat mich, Smoker hat mich. Jetzt können wir runterrennen oder was? Okay, jetzt warte hier runterlaufen. Hier ist eben die Treppe. Warte. Alter, Glöcho, warte. Ja okay, ich warte jetzt. Hör auf damit! Na jung. Lass mal voll daneben schmeißen. Nein, Jockey hat mich, Jockey hat mich. Einfach das beste Finale. Taint nichts. Ah, das fand ich natürlich schon am Anfang. Es war von mir ja fast wenigstens bescheuert aus, dass du den Bezinkernis dagegen das Ding geschmissen hast und dort einzufüllen. Aber ich wüsste so sehr lachen. Kein Tank. Ich glaube ich hab 10 Zombies getötet in dem Level. Das kann man ja jetzt nicht sehen. Ja, ich hätte das gerne jetzt gesehen. Ich hab aber auch nicht viel getötet. Vielleicht 30 Stücke oder so. Nur eine Stunde. Okay. Eine Stunde zwölf. Verbandszeug war klar. Okay, jetzt höre ich wieviel du getötet hast vor den Special-Infekten. Nicht viel glaub ich. Na, du haben 60, okay. Vier Hunter waren's doch. Ein Boomer. Erstmal hab ich gar nicht gesehen. Oh, ich denk mir. Hab ich ja gesagt, Cha-Cha war echt gut. Ja, Cha-Cha war echt gut. Boah ey. Das sagst du mal vier mal so viel oder so. Und? 2057? Boah, war das Ergebnis witzig, ey. Das war niederschmetternd. Mhm. Was sagst du zu der Map? Äh. Ich sag's mal so. Es ist ganz okay. Nur das Ende, wenn man den Trick kennt, ist es... Naja, ziemlich einfach. Das Ende ist sehr schlechte Macht für dich, aber ansonsten... Also, bei N hätte man so machen können, dass die erst gespawnt wäre, wenn man's angeschalten hätte. Ja. Da hätte man nicht den Trick machen können. Aber ansonsten ja, in den 9. Ja, ich hätte in den 9 gegeben, wenn das Ende nicht da wäre. Also 8 Punkte von mir. 8 von 10. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal mit der nächsten Map. Viel Spaß. Wünsche ich euch an dieser Stelle noch für den heutigen Tag. Und... Ciao, Leute. Ciao, ui.